Servus miteinander, ich bin Walli. Das ist Wirtschaft und jetzt zeige ich euch mal, was da alles geboten ist. So geht Gemütlichkeit. Unsere fleißigen Mädels zaubern euch die schönsten Tischkreationen, die ihr euch vorstellen könnt. In unserer gemütlichen Hauptgaststube können bis zu 70 Leute unseren Service und unsere Schmankerl genießen. Die Schmankerl seht ihr übrigens auch gleich noch. Und im Nebenraum finden auch noch mal bis zu 30 Leute bloß. Aber das ist noch lange nicht alles. Kommt's mit! Bei uns kann man nämlich auch im modernen Ambiente Geburtstag feiern. Das ist übrigens unser Chef, der Jürgen. Essen fassen. Feine Sachen gibt's da bei uns. Alles frisch zubereitet. Na dann, einen guten. Aber das ist halt auch noch nicht alles, was bei uns geht. Und zwar kann man bei uns auch in edler Atmosphäre heieren. Einer mit euch. Gratulation euch zwei. Dankeschön. Servus Gesellschaft. Servus Adi. Tischdesigns in verschiedensten Optiken, komplett nach euren Wünschen, können wir ebenso realisieren, weil auch Tagungsräume mit Beamer und Deckenleinwand. Aber wir haben auch nur ein Highlight. Nämlich unseren Biergarten. Und so, weil bei uns finden die Gerichte nirgends den Weg zum Gast. Nämlich mit unserer Schnitzelgondel. Cool, oder? Bei uns haben sogar die Schnitzel Spaß. Da kann man's aushalten. Und für euren Durst sind wir auch jederzeit gekriegt. Kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch.